Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um das erste Toy hier in der neuen Expansion und zwar habe ich direkt von einem Rare was bekommen. Ich kann euch mal zeigen, was wir für ein Toy haben. Hier steht schon dran, neu angekauter Zauberstab des Magiers. Und dieses Toy habe ich gerade hier in der ersten Zone bekommen und zwar die Küste des Erwachens. Wir sind hier einmal unten auf den Koordinaten 81, 37. Dort haben wir einen Rare, der befindet sich in der Höhle. Warte, ich kann euch das mal zeigen. Wir sind quasi hier einfach in der Höhle drin. Dort haben wir einen Rare und dieser Rare gibt im Endeffekt dieses Toy. Hat keine 100% Drop Chance. Ihr seht gerade, ich bin gleichzeitig hier mit dem Druid dran und mit dem Hunter. Mit dem Hunter hatte ich das Glück, das Toy zu kriegen. Ich vermute jetzt mal, die Drop Chance ist halbwegs ordentlich. Kann es jetzt aber aktuell noch nicht sagen, denn es gibt noch keine insgesamten Drop Chancen auf WoW-Head. Wir schauen uns jetzt mal das Toy an, hätte ich gesagt. Wenn wir das nämlich einsetzen, dann setzen wir Verwandlung ein. Hat insgesamt 30 Minuten Abklingzeit. Oh, warte mal, ich gehe mal aus der Katze raus, weil manchmal backt es in Tiergestalten. Und ihr seht, wir verwandeln uns einfach hier so ein kleines Schaf und that's it. Ja, kriegen wir den Debuff. Wir können dabei auch nichts machen. Jetzt werden wir blöderweise hier von dem Rare verklopft. Das wollen wir natürlich nicht. Also nützlich ist es jetzt nicht wirklich das Toy, aber es ist natürlich wieder eins mehr für die Sammlung. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr es auch bekommt. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wie lange ihr gebraucht habt, das gedroppt zu bekommen. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt ein 1% Drop ist und dass ich mega lucky mit meinem Twink war. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Eutela, bis zum nächsten Mal. Ciao.